Wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, dass ich eines Tages ein Buch schreiben und es vor Hunderten von Menschen präsentieren werde, hätte ich dir nie geglaubt. Früher hatte ich Kommunikationsprobleme und stotterte häufig, wenn ich sprach. Mein Mentor half mir jedoch, meine Angst zu überwinden und meine Stimme zu hören. Ich erhielt Praktiken, die meine Probleme mit der Selbstdarstellung lösten und diesen Monat habe ich endlich mein Buch veröffentlicht.